Lange Zeit waren ja Leverkusen und St. Pauli die zwei einzigen Mannschaften im deutschen Profifußball, die ungeschlagen durch die Saison kamen. Allerdings verlor St. Pauli im Jahr 2024 dann schon dreimal. Ja, schon ist natürlich relativ. Ganz ruhig bleiben, liebe St. Pauli-Fans. Natürlich ist St. Pauli immer noch Tabellenführer, und zwar mit Abstand und die beste Mannschaft der zweiten Liga. Der Aufstieg, der rückt immer näher. Am Wochenende geht's gegen Paderborn. Unser Tipp, Paderborn holt maximal einen Punkt und beide Teams treffen. Alle Prognosen findet ihr auf sport1.de slash sportwetten.